In diesen Tagen jährt sich der Anschlag von Hanau zum dritten Mal. Neun Menschen wurden am 19. Februar 2020 ermordet und aus dem Leben gerissen. Ihre Namen sind unvergessen. Ich denke an die Opfer und fühle mit den Überlebenden und Angehörigen. Der Täter von Hanau handelte aus rassistischen Motiven. Auch deshalb müssen wir uns weiter intensiv und selbstkritisch mit Rassismus und mit Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft beschäftigen. Es darf nicht sein, dass Menschen wegen ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe oder ihres Nachnamens benachteiligt oder ausgeschlossen werden. Es darf nicht sein, dass sie wegen ihres Aussehens um ihre Sicherheit fürchten müssen. Klar ist, wir sind alle gefordert, Rassismus und Rechtsextremismus die Stirn zu bieten. So auch die Bundesregierung. Deshalb haben wir erstmals eine Beauftragte für Antirassismus und einen Beauftragten für das Leben der Sinti und Roma und gegen Antiziganismus eingesetzt. Wir haben die Antidiskriminierungsstelle gestärkt. Und erst kürzlich hat das Bundeskabinett den Entwurf für ein Demokratiefördergesetz beschlossen. Mit diesem Gesetz stärken wir die vielen Menschen in unserem Land, die sich Tag für Tag für ein friedliches und für ein demokratisches Zusammenleben einsetzen. Denn auch in schwierigen Zeiten brauchen wir nicht weniger, sondern mehr Demokratie. All das kann die furchtbaren Ereignisse von Hanau nicht ungeschehen machen. Der 19. Februar ermahnt uns aber, nicht nachzulassen in unserem Einsatz für Toleranz und Demokratie gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Und tun wir alles dafür, damit sich der schreckliche 19. Februar von Hanau nicht wiederholt. Heute ist ein